Warum muss da immer nachgefragt werden? Ja, wie warum? Weil du dich merkwürdig benimmst. Ich mein, je nach... Merkwürdig? Was ist denn das für ein Scheiß? Was ist denn dein Problem? Du laberst die ganze Zeit nur von dir. Hörst gar nicht zu, was andere sagen oder wie es ihnen geht. Weißt du was? Du hast ein Problem. Du bist auf einmal ganz anders drauf. Du hast es immer noch nicht verstanden. Nein, du hast es nicht verstanden. Du tust mir leid. Hätte ich deinen Mann für eine jüngere verlassen oder was? Du warst ne Wette. Du kleine Büchser. Und alle, wir konnten ihn gut unterscheiden. Oh, lunchpakete. Und alle, wir haben ihre Frise. Cornet beef. Und 69. Hey, hier sind wir die Vietnamsche. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen. Es tut mir leid, was mit Ihrem Sohn passiert ist. Was ich getan habe. Ich will nicht mit Ihnen reden. Aber ich habe Ihnen doch Briefe geschrieben. Die habe ich weggeschmissen. Ich mache mir schreckliche Vorwürfe. Ich habe Albträume. Ich habe meinen Job verloren. Ich kann kaum mehr schlafen. Ich habe solche Schuldgefühle. Es hat ein Jahr gedauert, bis ich seine Kleider wegräumen konnte.